Malmö, der Siegersong des Eurovision Song Contest 2024 heißt, Dekot. Der, die nun binäre 24-jährige Nemo holt den Sieg für die Schweiz, sogar DJ Bobo ist Fan des Ausnahmekünstlers. Nemo gewinnt ESC vor Kroatien und Ukraine. Die Schweiz hat nach 36 Jahren den ESC gewonnen, Sänger in Nemo hat es geschafft und mit 591 Punkten den Sieg geholt. Das erste Mal seit 1988 als Céline Dion, 56, die Trophäe mit nach Hause brachte, dürfen sich die Schweizer wieder über einen ESC-Six freuen. Dekot von Nemo ist ein Song, der ins Ohr geht. Geschrieben von Nemos Schwester Ella enthält er Elemente von Rap, Pop und Oper. Den zweiten Platz belegte Kroatien mit 547 Punkten, gefolgt von der Ukraine mit 453 Punkten. Der deutsche Teilnehmer Isaiak Guderian, 29, der selbst den 12. Platz belegte, findet das Siegerlied voll krass. Mit seinem eigenen Auftritt war er übrigens sehr zufrieden und habe sich auf der Bühne sehr, sehr gut gefühlt. So tickt ESC-Sieger Nemo. Nemo ist nicht binär. Das bedeutet, Nemo fühlt sich weder männlich noch weiblich. Davon handelt auch der Song Dekot. Ich ging durch die Hölle und zurück, heißt es in dem Songtext. Zu sich zu stehen, war für den die junge Endkünstler in alles andere als leicht. Das teilte er sie nach einer Auszeit, in der sich auch sein ihr Musikstil von Schweizerdeutsch zu Englisch und von Rap zu Pop änderte, mit. Der die heute 24-Jährige begann bereits mit drei Jahren Geige zu spielen, später folgte Klavier. 2015 feierte er sie erste musikalische Erfolge mit Rap, damals outete sich auch DJ Bobo, 56, als großer Fan von Nemo. Der die gebürtige Spieler ist übrigens mit seinem besten Freund nach Malmö getrampt und hat seine Reise auf YouTube hochgeladen. Nemo ist nicht nur ein Ausnahmekünstler, in, sondern eben auch kreativ, unkonventionell und authentisch. Er ist sie von Skandalen überschattet. Der diesjährige Eurovision Song Contest hat für jede Menge Aufsehen gesorgt. Zum einen wurde am Finaltag der niederländische Teilnehmer Joost Klein, 26, von der Teilnahme ausgeschlossen, nachdem wegen eines Vorfalls hinter den Kulissen die Polizeiermittlungen eingeleitet hat. Zum anderen kam es zu Protesten vor dem Veranstaltungsort in Malmö. Die Demonstranten wollten eine Teilnahme Israels am Song Contest verhindern. Während in der Arena der ESC lief, wurden vor dem Gebäude einige Demonstranten, darunter Klimaaktivistin Greta Thunberg, 21, von der Polizei abgeführt. Untertitelung des ZDF für funk, 20, von der Polizei abgeführt wird.